Herzlich Willkommen zurück zu MC2 Heute mal Fahne-Opern auf Lawine Deine Lieblings-Mit, gell? Genau Weil auf der hast du, glaube ich, letztes Mal auch schon gespielt, fällt mir gerade auch Ja, ihr seht schon heute wieder zu zweit Und was ihr auch schon hört, dass wir heute also In-Game-Sound haben Ich habe es euch ja in der letzten Folge erklärt Wenn man Glück hat, funktioniert der In-Game-Sound meistens, aber eben nicht Aber heute haben wir ja Glück und er funktioniert und deshalb hört ihr ihn auch Das ist ja toll, ich sehe gerade, du spielst zusammen mit dem Hitler im Team Genau, das ist dann schon mal ein Siegesgrund und da habe ich dich gerade mal hübsch erledigt Denn er heißt Marcel Phil in diesem bei Gameloft Live Und ist heute eben auch mit von der Partie Ja, da bist du tot Wer kommt denn da raus aus dem Haus Und hat die Fahne gerettet? Was für Fahne gerettet? Den doch noch getötet Und da habe ich den kurz gezogen wieder Spiel ist ja gleich schon vorbei Ja, ist doch hübsch Und dann kommst du rein, holst noch die Siegesprämie kurz Das ist immer wichtig So, dann beschütze ich jetzt hier mal noch meinen Kollegen Adolf Jetzt mach drüber mal deine Hex aus, ey Guck mal wie der hackt Ah, unsere Fahne war gerade gar nicht da Ah, die hatte ich Aha, schau einer an Ah, jetzt hat er jetzt mal erobert Jetzt was macht der? So, den habe ich ja noch mit der Granate Ja, sag mal, der stimmt gar nicht Ich ziehe die ganze Zeit auf den seinen Kopf Und da haben wir jetzt hier die kleine Runde gewonnen Geht's dann hier gleich weiter Hoffentlich auf einer anderen Net Damit wir etwas Abwechslung haben Nein, die gleiche Schau aber auch nicht schlecht Jetzt sieht man meinen Arm gar nicht Und eine Waffe spielt in der Luft Das ist ja toll So, ich bin auf jeden Fall schon mal Armee Oh, oh, jetzt Der immer der eine da Immer der gleiche und der Der stirbt einfach nicht Da kann man so viel auf den schießen, wie der will Wie man will, der stirbt nicht Und jetzt kommt da der Hitler Von hinten, wenn ich schon fast bin Ja, Hitler, helf mir doch Adi, Adi, Adi So geht's also nicht mehr weiter Schau aber noch, dann faker Ach so Ich hab gedacht, der Adolf ist wieder auferstanden Und hilft mir jetzt hier Was ich halt für sich Schon wieder der Das ist immer der gleiche Ich glaub's nicht Der macht mir hier alles kaputt Ich hab's auch noch durch die Fahne gelaufen Damit wir hier noch ein paar Erfahrungspunkte kassieren Ich glaub's nicht Und da versteckt sich ja wo einer Vielleicht stellen wir ihn Das ist unser Kollege Adi Und du weißt, wie deine Teamkollegen so aussehen Ja, hatte ich gerade nicht Immer Killassist Und da kommt schon wieder der Hat dich gerade nicht aufgeladen Ich glaub's nicht Immer Killassist Ich glaub's nicht, jetzt reicht's Adi haben wir unseren Kollegen erledigt Aha Ich glaub's nicht, immer nur Killassist Ja, du kannst nur assistieren Ja, und dann kommt einer Nimm dir mal ein Beispiel Ich glaub's nicht Nimm dir mal ein Beispiel an Adi Der hier alles in die Tat umsetzt Gerade alle wieder gezogen Und jetzt wieder nur so Killassists So, dann hilf Schau mir gerade mal Mal schauen wir Ich freu mich hier mal ein bisschen Dem Gegners Basis auf Solange unsere Verlege Jetzt ist Schluss Die Fahne ans Ziel bringt Ja, ich will immer ein Geisel treten Killassist Dachte ich mir Killassist Ich glaub's nicht Ja, Leute Sehen wir nicht da in den Bildschirm Aber Wir sehen schon Du nutzt gerade ziemlich ab Wie immer eigentlich Das will ich sie immer alle Da ist Hitler An 80 Ich muss mich hier auch erst einmal an den Kleinen Der stirbt nicht Ein Magazin hab ich auf den geschossen Der stirbt nicht Obwohl ich ja mit der AK-47 mit Schalldämpfer spiele Und als Bonus 30% mehr Schaden für Sturmgewehre Denk ich mir Das hast du nicht mehr alles freigeschaltet Ich schieße auf den einen Dann kommt wieder der andere da Normalerweise privat spiele ich ja auf dem iPad Oh Privat also Also auf einem größeren Bildschirm Aha Ich schaue mich auf dem Apple TV Aber Aber Äh Geht's hier in der Aufnahme eben mal mit dem iPod Mein Kollege spielt übrigens mit dem iPod Touch der zweiten Generation So wie ich's euch im letzten Video auch empfohlen hab Falls ihr einen habt Oder generell ein älteres Gerät Aber dieses können wir eben leider nicht zur Aufnahme verwenden Das wird eingelassen Jetzt reicht's mir Ich lauf bin tot Aha Spawn lauf bin tot Wer kommt denn da grad aus meiner Basis Woher Durch die Wand wieder Die schießen immer durch den Felsen Durch Die haben auch alle Aim-Bots Und dann geht's auf dem Das ist Wenn wir zu zweit sind Ja Einfach Nein Ein Kirstweak hinlegen Kann ich mehr Es läuft hier nicht weiter Ich glaub's nicht Wie denn Ich bleib jetzt mal hier stehen, dann sollen die mal kommen, also, die sind immer zu 5, immer. Ja, wenn unser Team halt so groß ist. Ja, und bei mir drei Spiele. Und wie alt taktisch sind? Denk ich mal taktisch. Ich weiß nicht mal wie man das schreibt. Ja, aber Hauptsache, ich weiß. Ah, jetzt bin ich sparr und dann werde ich von hinten gleich abgeschossen. Ja, da können wir nichts machen, gell, Kerle? Oh, jetzt kommst du, wenn ich nachlade. Und dann der andere wieder. Immer zu zweit. Zutritt, denk ich mir zu dritt. Ihr seid solche Hatten, solche Ratten. So, ich habe hier gerade alles erledigt. Fahne gerettet und eigene und gern gefahrene ins Ziel gebracht. Und damit führen wir jetzt hier 2 zu 0. Wie lange geht ihr hier noch? Kill Assist. Immer nur. Kill Assist. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Und wie schnell lauft ihr alle? Oh, jetzt kommt schon wieder der. Was spielt denn der? Ja, wenn der Hitler mit von der Partie ist, dann ist halt gefährlich, gell? Kill Assist. Ich glaub's nicht. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Jetzt läuft der da schon wieder zu viert. Ich glaub's nicht. Ich glaub's wirklich nicht. Dann laufen sie wieder alle miteinander. der ganze Verein. Ja, geschlossenes Auftreten hier. Und ich? Was rettet der die Fahne, wenn ich den getötet hab? Die Punkte gehören mir. Die spielen alle gegen mich in meinem Team. Alle. Denk ich mir. Ah! So, dann bin ich ja im Kreuzfeuer von 3 Leuten. Aha. Denk ich mir. Da war ich nur alleine, der auf dich geschossen hat. Verstanden. Zwei andere. Wie? Woher kam der jetzt auf einmal wieder? Ich glaub's nicht. Ich glaub's wirklich nicht. Immer von hinten. Immer. Du drin. Was für von hinten? Du bist auf mich zugelaufen. Nein. Dabei hat wieder von hinten einer auf mich geschossen. Jetzt... Jetzt drücke ich auf Granate und der wirft nicht. Der wirft nicht. Ich kann... Der sagt Gamer. Ich sag dir der Gamer mal in seinem Leben. Ich hab doch getötet. Ha! Nein. Aber in Wirklichkeit, guckst du gar nicht. Fahne, Robert. Ja, denk ich mir Fahne. Nein. Wie denn? Wie? Ja, komm. Jetzt reicht's. Also nächstes Mal sehen wir auf jeden Fall unseren Kollegen hier im Bild. Ja, denk ich mir. Weil wir wissen gar nicht von was der hier redet. Gell? Also wirklich. Das hab ich ja noch nie gesehen. So ne Ansammlung. Stürb doch, du Fettsack. Ich glaub's nicht. Ohhhh. Wehe. 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 Ich sag's euch. Wehe. Ist das jetzt grad dein Ernst? Und den haben wir auch noch weggranatet. Komm doch, du fette Sau. Komm doch, du fette Sau. Komm doch, du brauchst deine. Jawohl, meine Fahne. Ja, jetzt leg's aber los, Kollege hier. Schau' da schon wieder auf mich. Sekunden. Ich glaub's nicht. Mit nem flotten Kopfschuss hier erledigt. Schieß's auch immer aufm Kopf, nur da passiert nix. Und Spielsieger mit dieser flotten Runde beenden wir hier diesen Part. Bis zum nächsten Video. Tschau, Kollegen. Tschüss.